So meine Lieben, dann lasst uns auch direkt in den heutigen Newsletter einstarten. Und zwar beginnen wir zunächst mal mit ein paar Bullish News, danach geht es weiter mit dem politischen Wandel, den wir momentan in den USA sehen, gleichzeitig noch die Steuer-Deadlines, die jetzt demnächst anstehen und wie du dich darauf vorbereiten kannst, das Zitat der Woche, den Tweet der Woche, die wichtigsten Deadlines und wenn mir gilt, alles ab meinem Portfolio teile ich nur in meinem Newsletter. Falls du auf diese zwei Teile ebenfalls Zugriff haben möchtest, dann einfach und gratis eintragen, dann hast du darauf ebenfalls Zugriff. Gut, dann lassen wir uns auch direkt mit dem ersten Punkt starten und zwar gab es jetzt in den letzten paar Tagen mal wieder ein paar Bullish News und zwar zum einen Van Eck ihre langfristigen Preisprognosen für Bitcoin veröffentlicht, genauer gesagt für das Jahr 2050, das siehst du auch hier nochmal in diesem Bild ein bisschen genauer dargestellt mit dem Base Case, Bear Case und dem Bull Case. Wie du hier kennst, Base Case wäre ein Bitcoin-Preis bis zum Jahr 2050 von ungefähr 2,9 Millionen. Bear Case, also der negative Fall wäre tatsächlich ein Bitcoin-Preis von ungefähr 130.000 Dollar und der Bull Case bei ungefähr 52,4 Millionen pro Bitcoin bis zum Jahr 2050, das heißt in den nächsten ungefähr 25 Jahren. Das heißt selbst, wenn wir nur in Anführungszeichen den Base Case erreichen mit ungefähr 2,9 Millionen pro Bitcoin, dann würde das bedeuten, dass sich von hier der Bitcoin-Preis von heute noch ungefähr für 44-fach in den nächsten 25 Jahren. Was im Wesentlichen einfach nochmal zeigt, wie früh wir tatsächlich im Kryptomarkt noch dran sind. Zudem haben auch die US-Schulden mit rund 35 Millionen ein neues Allzeithoch erreicht und allein in den letzten vier Jahren, das siehst du auch hier in diesem Chart dargestellt, allein in den letzten vier Jahren haben sich die Schulden um mehr als 50% erhöht. Und traurig, aber wahr, also die unbequeme Wahrheit ist einfach die, dass je stärker das Fiat-System zugrunde geht, desto bullischer für Bitcoin und im Allgemeinen die ganzen Krypto-Preise. Deshalb bleibt nur zu hoffen, dass möglichst viele vor dem Kollaps tatsächlich noch den Umschwung schaffen. Auch allein die prognostizierten Zinsen auf diese Schulden würden bei der aktuellen Zinspolitik ungefähr 1,5 Millionen pro Jahr ausmachen. Also eine unglaublich große Summe, die allein nur an Zinsen da jedes Jahr noch mit dazukommt, was auch wieder bedeutet, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Fed tatsächlich den Leitzins senkt. Auch wenn sie das jetzt im gestrigen FOMC-Meeting wie erwartet nicht gemacht haben, die Wahrscheinlichkeit für September steht nach wie vor sehr hoch. Auch bei den Etherspot-ETFs gab es positive News, und zwar haben die seit dem Launch erstmalig netto Zuflüsse gesehen, also hier der Launch-Tag, danach die nächsten vier Handelstage waren jeweils negativ, mit mehr Abflüssen als Zuflüssen, und dann hier am sechsten Handelstag hatten wir tatsächlich Zuflüsse in Höhe von ungefähr 34 Millionen. Das heißt, da ist die spannende Frage, ob tatsächlich diese ETFs genauso positiv überraschen wie auch beispielsweise die Bitcoin-Spot-ETFs, weil bei Bitcoin konnte sich damals auch niemand die starken Zuflüsse ausmachen. Auch der S&P 500 hat sich bisher nahezu bitterbuchmäßig entwickelt, im Vergleich zu vorherigen Wahljahren. Das ist auch hier in diesem Chart dargestellt, hier in rot dargestellt, die typische Saisonalität und hier in schwarz, wo wir derzeit sind. Und wie du siehst, also das folgt hier diesem Muster nahezu 1 zu 1, und wenn es tatsächlich so weitergeht, dann sehen wir tatsächlich hier gegen Ende des Jahres noch weiter steigende Preise, was natürlich dementsprechend auch den Kryptomarkt mit nach oben ziehen könnte. Und noch ein paar weitere nennenswerte News, und zwar will zum einen Russland Bitcoin und Krypto als Fremdwährung für internationale Zahlungen legalisieren. Gleichzeitig wird in Hongkong über die Aufnahme von Bitcoin als Währungsreserve diskutiert, wo nach der Marktanteil an Swaps, also an Tauschen zwischen den Dexes und den Xexes, ist momentan auf einem neuen IZ hoch, was im Wesentlichen bedeutet, dass noch nie zuvor der Anteil von den Swaps auf den Dex so hoch war wie heute. Denn hier noch ein Update zum politischen Wandel, den wir aktuell in den USA sehen, und zwar würde die SEC ganz plötzlich einige Altcoins doch nicht mehr als Wertpapier, also als Security deklarieren. Dazu gehören, und ich lese jetzt mal nur die Wesentlichen vor, Solana, ADA und Matic und auch hier diese Liste von den anderen Altcoins, das heißt für diese Altcoins definitiv ein bullisches Zeichen. Jetzt ich persönlich vermute, dass die SEC und insbesondere auch Gary Gensler aktuell immer mehr Druck bekommen von der politischen Seite. Wir haben ja auch erst auf der Bitcoin-Konferenz gesehen, dass Trump gesagt hat, dass er bei seiner Wahl als allererstes Gary Gensler entlassen wird. Allerdings hat er auch gleichzeitig gesagt, dass diese rund 200.000 Bitcoins, die derzeit beschlackt oder beziehungsweise die derzeit die USA hält, weil sie ursprünglich diese Bitcoins beschlackt und haben, dass die als strategische Reserve gehalten werden. Aber was haben wir nur rund zwei Tage später gesehen, dass ungefähr zwei Milliarden davon tatsächlich auf eine neue Adresse geschickt werden. Jetzt die genauen Gründe davon sind derzeit nicht bekannt. Wir haben zumindest hier nur gesehen, dass diese zwei Milliarden tatsächlich verschickt wurden. Auf Twitter würde deshalb auch spekuliert, ob diese eventuell bald abverkauft werden. Es könnte allerdings auch gleichzeitig sein, dass es einfach nur eine Änderung der Verwahrstelle ist, weil Hintergrund ist der, dass wohl erst vor kurzem Coinbase mit US Marshals eine Vereinbarung eingegangen ist. Und vielleicht hat das einfach nur deshalb oder damit zu tun, dass jetzt die Verwahrung anders abläuft und deshalb diese Bitcoins auf eine Adresse geschoben werden mussten. Dann hier noch ein Update für die Deutschen, die eine Steuererklärung machen müssen. Und zwar ist jetzt die Frist für die Abgabe der Steuererklärung für 2023 am 2. September. Nach wie vor ist gerade für den Cryptospace, also für die Steuererklärung im Kryptomarkt der Marktführer, Cointracking. Mittlerweile hat Cointracking auch seit ungefähr einem halben Jahr, Jahr ungefähr, auch den Full Service. Das heißt, dass sie die Steuererklärung für dich entweder teilweise oder sogar komplett übernehmen können. Und falls du einen dieser Services nutzen möchtest, kannst du mit meinem Revlink auch noch lebenslang 10% sparen, den ich dir auch unten in der Beschreibung verlinkt habe. Dann gehen wir noch zu den wichtigsten Deadlines. Und zwar sind es mittlerweile nur noch 48 Tage bis zur ersten erwarteten Sinskürzung, irgendwann mal Mitte September. 96 Tage bis zu den US-Wahlen, irgendwann mal Anfang November. Und 445 Tage, falls wir tatsächlich einen ganz klassischen Vierjahreszyklus sehen, mit dem Peak irgendwann mal im Oktober 2025. In meinem Newsletter teile ich zudem immer noch mein eigenes Portfolio. Falls du auf diesen Part ebenfalls Zugriff haben möchtest, dann einfach um ein Gratis eintragen. Das gleiche gilt auch hier für diesen letzten Teil, wo ich ein bisschen was zu Brian Johnson teile. Und vor allem auch im Bereich der Längeliebigkeit, dass er bisher meine Key-Erkenntnisse von ihm waren. Und auch hier ein spontanes Gewinnspiel zum Schluss. Und zwar wird unter allen Leuten, die sich bis Sonntag bei uns in der Membership anmelden, eine One-Key-Hardware-Wallet verlost im Wert von 99 Dollar. Falls du ebenfalls teilnehmend möchtest, dann einfach hier anmelden und dann bist du automatisch mit dabei. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüsss bowler. Tschüss. Tschüss. T greed. Tschüss. ата. B는데요. Tschüss. Knies. in Ferien, wo Studios. t恩, t available. Not identities paid. Sch GEs. tcontin, bei den M imperative, spiöten, olic. Untertitelung des ZDF für funk, 2017